Falls ihr schon immer wissen wolltet, was eine große deutsche Schnäppchenseite der Automobilhersteller BMW mit seinem Modell i3 Sixt Neuwagen und der Stromanbieter Yellow miteinander zu tun haben, WeLoveTech präsentiert das Projekt Strato Ja, falls sich jetzt der eine oder andere gefragt hat, was erzählt er da für ein Quatsch? Also Projekt Strato ist nichts anderes als die Mischung aus Strom und Auto und das hat sich daraus ergeben, weil hier soll es jetzt gehen um den BMW i3 und zwar für die nächsten 12 bis 18 Monate Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir hier auf dem Kanal auch einen BMW i3 mit aufnehmen werden? Ende November 2017 ist es so gewesen, dass es ein Angebot oder eine Offerte von Yellowstrom gegeben hat Die haben angeboten den BMW i3 im Leasing für 249 Euro, wenn man ein gewisses Branding auf dem Fahrzeug akzeptiert Dabei handelt es sich um ein All-Inclusive-Angebot, das heißt es sind sowohl die Winterräder mit dabei, die Versicherung ist dabei, die Steuern und so weiter und so fort Es gab verschiedene Möglichkeiten das Fahrzeug zu bestellen, hier seht ihr die für 249 Euro Die mittlere Variante ist die, für die ich mich entschieden habe und es gab noch eine mit weniger Branding, die hätte dann 429 Euro gekostet Das Ganze geht über 12 Monate bzw. mit der Flex-Option, für die ich mich entschieden habe, auch länger Wir haben 10.000 Kilometer im Jahr gebucht und wir werden das Fahrzeug demnächst in München abholen Wie gesagt, wir haben uns für die Option entschieden, das Fahrzeug auch länger als 12 Monate nutzen zu dürfen, da wollen wir mal schauen, ob wir das dann nachher auch in die Tat umsetzen Wie bereits erwähnt, die Versicherung ist in dem Fall auch mit drin, das bedeutet also Teil-Cosco, Voll-Cosco ist mit drin, Selbstbeteiligung dafür allerdings 1000 Euro, das ist eine ganze Menge Aber ich hoffe ja auch mal, dass wir innerhalb der Laufzeit da gar keinen Gebrauch von machen müssen Aber alles in allem würde ich sagen, ein absolut faires Angebot, was Yellowstrom da zusammen mit Sixt auf die Beine gestellt hat Und das werden wir in der nächsten Zeit einfach mal ausprobieren An dieser Stelle vielleicht der Hinweis schon mal, ich werde hier nicht für irgendwas bezahlt oder sowas Es ist rein das Interesse an Elektromobilität, was mich dazu getrieben hat, hierüber jetzt auch ein paar Videos einzustellen Dann wollen wir mal reinschauen, was das Fahrzeug denn für eine Ausstattung hat, denn grundsätzlich handelt es sich ja um ein Sondermodell, was Yellow zusammen mit Sixt zusammengestellt hat Und hier seht ihr auch schon das Modell Connect oder das Design Modell Connect, für das ich mich entschieden habe letzten Endes Und dieses Modell verfügt über eine Motorleistung von 125 kW oder 170 PS mit einer Höchstgeschwindigkeit von 150 km pro Stunde und beschleunigt von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden Der Stromverbrauch, nicht irritieren lassen, das ist der Stromverbrauch in Kilowattstunden auf 100 km, nicht der Benzilverbrauch Liegt bei ungefähr 13 Kilowattstunden Ja, was haben wir ansonsten bei dem Fahrzeug? Es ist ein Fluid Black lackiert mit dem Akzent BMW i Blau Da werden wir dann auch in der nächsten Zeit noch sehen, wie sich das Ganze so macht Das Fahrzeug wird auf 19 Zoll Leichtmetallrädern geliefert und zwar mit Winterreifen Da werden wir uns für dieses Projekt aber auch noch entsprechende Sommerreifen zulegen Das Interieurdesign ist Atelier und die Stoffkombination Neutronik, könnt ihr rechts erkennen, mit so blauen Akzenten an den Sitzen Damit man quasi auch hier nochmal das Thema Elektromobilität oder blau steht ja so ein bisschen für Elektromobilität hervorheben kann Grundsätzlich in der Serienausstattung hat der i3 eine Vielzahl von Komponenten schon mit drin Zum Beispiel LED Hauptscheinwerfer oder auch eine fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung Ja, all das sind Komponenten, die in der Serienausstattung schon mit drin sind, die ihr hier sehen könnt Das heißt, jeder BMW i3 verfügt über diese Ausstattung Und was für Sonderausstattungen jetzt in diesem speziellen Modell noch mit drin sind, für das wir uns hier entschieden haben Das sehen wir gleich auf der nächsten Seite Vielleicht als kleine Anmerkung, man konnte bei der Konfiguration nichts mitbestimmen Das heißt, es war fix vorgegeben, man musste sich für diese Konfiguration entscheiden Aber dann schauen wir jetzt mal rein, was Yellow denn da für ein Paket geschnürt hat Also zum einen die Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, ist natürlich eine schöne Geschichte Wichtig für die Energieeffizienz ist dann noch die Wärmepumpe, die quasi die im Winter auch noch die Energie aus der Umgebungsluft nutzt Der Getränkehalter, gut, das ist jetzt dann quasi eher was Obligatorisches Was mit Sonderausstattung aus meiner Sicht nichts zu tun hat Das gehört eigentlich, denke ich immer, in die Serienausstattung Ja, was haben wir dann sonst noch mit drin? Das Ausstattungspaket Komfort und das besteht aus dem Regensensor und der Fahrlichtsteuerung Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, eine ganz schöne Geschichte Ein Innen- und Außenspiegelpaket mit automatisch abblendenden Innen- und Außenspiegeln Und dann gehört zum Abschluss hier auf dieser Seite noch das Ablagenpaket mit dazu Das beinhaltet eine Reihe von Steckdosen, Haltebändern, einen zweiten Getränkehalter noch und einen Handschuhkasten mit Fachaufteilung Was ist sonst noch mit dabei? Die Multifunktion für das Lenkrad, das heißt alles könnt ihr über das Lenkrad steuern, was euer BMW i3 so tut, Radio und so weiter und so fort Die Armauflage vorne haben wir noch mit drin und eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Bremsfunktion Das heißt, das ist nichts anderes als der Tempomat Schön dann noch die Klimaautomatik, wenn man sich da auch einmal dran gewöhnt hat, ist das eine komfortable Sache Am Ende ist das aber aus meiner Sicht kein notwendiges Feature Was allerdings schon eher notwendig ist, gerade in der Kombination für den BMW i3 Ist das Navigationssystem, denn das hat den Vorteil, das navigiert euch unter Berücksichtigung der Restreichweite eurer elektrischen Energie Zu der nächsten Ladesäule oder hat auch noch einige andere Features, die speziell auf das i3 Modell oder auf die i-Modelle zugeschnitten sind Dann ist noch der Concierge Service mit dabei, würde ich sagen, nice to have Ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein Ja, das war letzten Endes das Ausstattungspaket, was mit drin ist Hier in unserem BMW i3, der uns über die nächsten Jahre begleiten soll Und falls ihr nochmal genauer reingucken wollt, wie die Konfiguration so aussieht Würde ich euch den BMW Konfigurationslink einfach in die Beschreibung mit reinpacken Dann könnt ihr da jederzeit nochmal nachsehen, was enthalten ist in der Konfiguration und was eben nicht Ja, so viel dazu, wie begann alles für das Projekt Strauto hier auf WeLoveTech Kommen wir nun auch noch dazu, wie geht es weiter Die Idee ist, das Fahrzeug zwischen 12 und 18 Monaten hier bei mir in Köln zu betreiben Und zu schauen, was gibt es denn für Auswirkungen, wenn man als großstädtischer Laternenparker ein Auto betreibt Was ausschließlich elektrisch funktioniert Da werden wir vieles erleben, denke ich Und wir werden vieles sehen, was schon gut funktioniert im Jahr 2018 Was nicht so gut funktioniert im Jahr 2018 Wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein, einfach auf Abonnieren klicken Und falls ihr jetzt schon Ideen habt, was ihr gerne mal erleben möchtet Oder was ihr sehen möchtet, was bedeutet es, mit so einem Fahrzeug unterwegs zu sein Schreibt es mir gerne in die Kommentare Ich versuche dann, jede einzelne Situation nach Möglichkeit in irgendeiner Form früher oder später mal abzubilden Während ich dieses Video produziere, sind es noch ca. 5 Tage Dann werde ich das Auto in München abholen Das heißt, in 5 Tagen geht es dann auch richtig los mit dem Was bedeutet es, elektrisch unterwegs zu sein in Köln Vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt Und wie gesagt, klickt auf Abonnieren Schreibt es mir in die Kommentare, was euch in Bezug auf Elektromobilität hier noch interessiert Und zum Abschluss bleibt mir wie immer nur zu sagen Alexa, Kamera aus Okay